Sie hat was gefühlt und ich hör´s Haufen. Guck mal, was sie für sensible Antennchen hat, das Mädchen. Hier kommt die Leiter hoch! Achtung! Hallo! Lass das! Ich hab´s genau gesehen! Oh Teufel! Astor, gute Nacht! Gute Nacht! Vielen, vielen Dank für den Raid! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, haben wir alles? Können wir jetzt endlich nach Hause gehen? Ja! Wo rennst du denn hin schon wieder? Ich suche Bauzeug! Ja komm, wir gehen mal, komm mal hier! Komm mal! Komm mal! Aber wir haben jetzt schon... Wir müssen uns langsam... Richtung Hause machen, ja! Kommt heim! Kommt heim! Kommt heim! War nicht hier? Irgendwo war noch... Was war hier? Guck mal, was war hier? Guck mal, was nicht? Stad und Faden! Hier ist ein Stein, ja! Hurra, das braucht die Welt! Es ist nebbelig draußen! Ich weiß nicht, wo die Frauen ist! Oh! Ja! Ja, es ist nebbelig! Aber es gibt nur normalen Stein, ne? Ich finde das nicht mehr wieder, wo das war mit dem... Du hast da Freunde! Ja, wo ist das denn? Wann ist denn in so'n Wagen was drinne? Das hab ich ja noch nie gesehen! Ja, ja doch, doch! Zwei Kaffee und zwei leere Dosen! Äh, Gläser mein ich! So! Auto schon! Ah! Warum ich? Ich sehe den Hund und denke so schön, warum ich? Ich hoffe, dass, äh, Holz reicht für das, was ich da gerade angeworfen hab. Also! Ich komm euch mal mal so! Das ist lieb, dass ich da so konto. Ja! Ähm! Irgendwie die ganze Zeit... Oh, ich höre es sch��고. Ich höre es nicht mehr! Das ist doch! Ich meine, da sag ich doch! Ein Vogelnest unberührend! Oh, nicht mehr Geld! Oh, nicht mehr Geld! Das ist doch! 75 Meter! Wie du kommst hier an den ran! Ich geh mal durch die zweite Küche! Seid in den Nagelbarten! ja ich zumindest wohnwagen siedlung in der anderen siedlung ist auch in der wohnwagen siedlung nur bist du in allen häusern wie sollen wir das denn schaffen kleine scheiß höhle ich komme ich sehe ich nicht einfach martin hier ja dann redest du die töne nicht mit den beinen und nach hinten und mit der beine nach vorne ich habe den grad aber ich habe denn was blaues gesehen das baustoffe dort auch stopp ja lass uns mal dahin gehen ich sag ja ich hatte das irgendwo hier sind pflastersteine hier ist ein lebensmittelstampel und zwei verbrannte kotelette kotelette und ja hier ist oder was ist das? pass auf rundehütte! ja rundehütte! rundi! guff guff! komm zum mundi! da! iiiiih! Droni! Brenno! oh hier ist ein Fettkopf! da und! oh! ich hörs knurren! und schlange! 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 ich hab die schlange erschlagen! oh mein gott! und mit dem brutzelstab! es hat auch nicht schlecht die stange! er ist direkt geröstet! lecker! ja ja! haben wir gleich schlange am spiel! der arme friedhelm! der arme friedhelm! also ehrlich mal! friedhelm! nein! ich hab meinen äh leider mein dingenskirchen vergessen! hier guck mal ist noch ein schönes fitnessgerät! oh ja ich hab meinen mit! ich hab den ja ausgepackt! oh komm! so schön! hab ich nicht grad noch eingelootet? ich hab den schockstab mit level 3 wenn du haben möchtest! die sind ganz schön! hab ich auf boden geschmissen! manchmal sind die ja! ob ich dachte manchmal sind die ganz äh nice ne! wir sind wie die wandalen zivil durch die stadt! einmal alles! ich hab zwei pilzsam! der krone gefunden! ich hab keine ahnung! ja! ja! und sauberkeit ne! wir machen die müll sauber! wir machen die müll sauber! wir haben keine flugzeuge! 320! los mal du! lauf! ich schieb direkt das motorrad! äh der 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 dings ab hier! lauf! hol das! 300 noch was meter! 400! renne! ahn uhr geht du? ja! ahn uhr geht! dieses dieses laufband auch! ja mach mich! hier was schönes verkauft! bowly! hallo! bedienung! oh! dankeschön! ein raid! oh god! frau nastor! dankeschön! hallo! hi! dankeschön! dankeschön! und willkommen! oh gott! während wir mit den vandalen die die vandalen durch die kleinstadt übeln willkommen willkommen ich muss ja ich habe es kein zeitgemer weg so wollen wir mann retten oder oder ja so war war hier schon jemand drin hier ist meist hier ist meint also okay dann gehen wir zu mal los ich komme das hast du für ein schickes käppi auf das ist eine käppie mod es sind zwei welchen bist du gelaufen rechts links links bist du noch einer drin rezept grüß an themen sagen und sonst nicht rechten leute ich nehme ihn rechnen wenn ich schaffe ich bin hier auf den ich folge die auf dem ich war ich nehme jetzt den schockstab und rot zu jedem die türen offen hier geht zu dem anderen manu ich mach mal lieber tür zu die traut sich ja sachen und man denkt sich auch schön die tür ist offen aber hier sind überall die türen offen ich wer lässt denn hier in allen häusern die türen offen im schlimmsten fall war es manu das stimmt nicht das glaube ich gar nicht nein manu war das nicht 70 meter noch ich hab's gleich geschafft oh das dicker polizist scheiße ich sehe wer rennt denn da wer ist das ich an der working area ich sehe ich bin ich bin ich bin ich bin die treppe runtergefahren und habe auch einfach so ein bergerbauer auch einfach so ein bergerbauer das warst du dass wir es gerade voll zwierst gab mit schockstab eine überbrutzeln nein 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 ich hab aber das ist doof ich bin hier keinen ausgang ach doch hier habe natürlich sofort gesehen dass du das glaubt ihr so weit wie ein elefant werfen kann waren wir schon drinnen ich meine ruhe da schreit mir jemand ins ohr das ist ja auch nicht gut hallo was denn ich stehe mir unglaublich ich war die toilette frau ja man muss sich vor weiterentwickeln liebe sexe aber hier ist alles weg also hier war auf jeden fall schon jemand hat die ganze ich bin hier gerade bluten und krieg ohne ende das ist der baumarkt neben kann den abteilung es ist normalerweise alles voll mit baustoffen und da ist nichts mehr mann ich bin ich also ja ich hab ich vergesse es ja ja der ja der ist wieder da waren wir hier waren wir doch gerade stimmt hier waren wir doch alle zusammen wenn wir hier wer ins gesicht bringt und muss ich mich aber schon wieder jemand angestet ich hab das schon geschafft das schon wo bist du denn die kommen hier auf den hof ja die ich weiß auch nicht wo die mensch bei der sommerruhe kloster gewinnen das sage ich dir immer das ist ja das problem er klebt hier oben fest der arme kann ihn mal nicht jemand befreien ich habe ein herz für zorn ja der klickt hier oben achtung gerade liegen schon zwei die habt ihr genommen oder was mann wo ja schon gut hier beim haupt los wo ist er da drin ja hier der klick hier oben kommt nicht runter der herrnste auf kommer weil sind da los das sieht ja richtig es wo kommt denn her die bist du soweit bist weißt du da sind ja auch immer die eine aufs dekolleté aufs dekolleté also ihr seid ja das dekolleté unter strom warte mal hier vielleicht oben aufs dach da oben kannst du aufs dach da sind ja gerade alle runter aber der loot ist hier welche loot denn hier das ist ja es ist jetzt leer aber da war ja eben noch wann da ja noch sachen drin dann geht doch den regulären weg hier durch den hof über den container aufs dach oder so wie seid ihr denn jetzt habe ich glaube ich ist die leiter mann irgendwo ist hier eine leiter da kommt man spiel oben hat er kommt ein geier oder sowas hier oben geht es nicht aber hier ist doch gar keiner ist nischt was ist los mit dir die hat was gefühlt da und der ist ich höre und guck mal was sie für sensible an händchen hat das mit die leiter hoch Achtung hallo 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 genau gesehen voll teufel hallo hast du gute nacht hallo vielen vielen dank für den raid dankeschön 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 hallo oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott so haben wir alles können wir jetzt endlich nach hause gehen ja 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 wo gehen wir denn runter hier wieder mann hier ja ich habe noch nicht mal den müll leer gemacht da sand drin ich 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 kapiere das nicht mit den untersteigen ich kann da war er so musste ich sie eigentlich bruchte die hände frei hallo auch entschuldigung ich bin dann immer so hallo das hätte ich nicht schön hallo 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 nein das Ding ist ich habe die Wagen leer gemacht hier die die Anhänger die Anhänger ja ich glaube schon da waren die auch dahinter geguckt ja da waren zwölf holzblöcke drin ah ok hab ich seid ja von den so es ist um 10 wir sollten nach hause gehen ich muss mal was essen ich habe 14 bücher und zwar sperrjäger und die kunst des Bergbrot hallo guten tag ja komm mal wenn wir da raus wie kann ich Ihnen dann helfen ach droni ja warte ich komm zurück wo bist du denn ah hier ne doch hier seid ihr im grunde ich seh dich aber guck mal hier ja ja und ich bin jetzt grad hier rein und ins büro büro ins büro ein bisschen bi schadet nie denn das egal habe ich schon geschaut aber ich war glaube ich irgendwo auch noch ein Tresor oder da ich kenne doch dieses büro wie meine kollegin hat das so schon immer gesagt büro büro hallo freizeitsurfer ja so gut guck mal ich bin schon wieder weitergezogen ja das ist sonst nur hier kurz floppen negativ ganz negativ das sind 2400 haben wir ja hier im handumdrehen nieder ihr habt gesagt wir brauchen steine und so ein kram das mache ich also sehr klar dass sein der händler in menschen aber das ist ja nicht wir können ja bei morge das nächste mal muss ja wir haben ja morgen nacht ja 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 und 26 arm brüste brüste nein nein ich eventiere es genau wie ich das letzte mal so den grünen habe ich hier leer gemacht warte mal zurück das ist verwirrend mit dem laden so hier links durch die kalte küche nein nein verwirrend ihr seid zwei leute die sich in der telefonzelle verlaufen wirklich zwei leute die sich in der in der links verlaufen ehrlich war jetzt habe ich hier schon alles gelootet waren vor allen dingen das schöne ist kommen doppelte dortchen da drüben ist auch mal ein walking stiff ja das stimmt ja da wollte ich gerade ein aber nein wir müssen jetzt feiern machen wir müssen nach hause jetzt muss man nach hause tete von einen oh gott oh gott oh gott oh nein ich habe nichts getan ich habe nichts getan guck mal das drückt sich ich mache das ist ja unglaublich jetzt macht ein ei haben das gemacht das hat sich hingeholt ja das hat es auch ich muss ein vorbild für freitag sein ich habe in letztes doch nicht da habe ich meine liebe ich mit dem messer was machst du das ist ja geil hast du gesehen du hast sie nieder gemessen ja ich habe sie geschnetzelt auch ein zombie hat eine seele so gehen wir jetzt nach hause oder gehen wir jetzt noch ja wir müssen ja kleiner aufruf ich weiß nicht inwieweit hier schon alle der server leer ist an miri da wie ja an jens und dann begebt euch richtung heimwertig schätze mal da jens schon im chat lese wird er schon raus sein leute die sie drei leute diese verlaufen jens ist raus eine macht sich auch vermagge ich hoffe du hast heute ein bisschen spaß gehabt ja heute war eigentlich cool wenn ich also nicht gerüttelt und so nicht heute war wirklich also heute ist es recht gut gelaufen auch noch mal das wird nichts mal bei der horde dann muss man pritzel starb jetzt sind beide auf den geschmack gekommen was habe ich eigentlich für weibsvolk was habe ich eigentlich für weibsvolk waren nur so der fried an dem friedhof an der kirche vorbeigelaufen ist notiert gar nicht in die briefkästen geschaut doch eigentlich sind wir wollten ja schnell zum loot droppen ja das stimmt allerdings da hatten wir keine zeit für briefkästen und faden band ja ja die haben wir noch nicht so oft das regt mich doch was aus mit diesem nagel und faden das regt mich so auf das ist wirklich da bin ich doch vorhin schon durchgelaufen und nein doch nicht aber warum ich hier eine lampe wo geht's denn dahin da drinne waren wir irgendwo jetzt habe ich mich verirrt nein 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 immer schön aufs haus zu laufen hallo jason ich wollte jetzt gleich zu dir spicken kommt ja 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 musste man nicht hier mal überziehen wir machen hier schon wieder überlegt man hier mal zu hause ist unglaublich ist das ja heute war schön zu spielen da sie ist heute lief super hat und jens geschrieben ja heute hat ganz ganz wenig geruckelt also wirklich wenig aber nächstes mal meine lieben wie seid ihr alle vorbereitet nein nein ich meine jetzt sprechen gerade mit den jungs und den mädels du bist vorbereitet du hast uns das reicht an vorbereitung oder auch nicht da war das doch irgendwo war das ganz in der nähe markieren ich bin zu hause ja ich auch aber ausräumen werde ich heute nicht ich bin zu hause ja ich auch aber ausräumen werde ich heute nicht mehr das problem will liebe gritt ich weiß ja nicht ob du stream guckst aber guck mal mein inventar ich weiß meine sachen kurz raus ich habe ja nicht was haben wir denn hier für ein buch ein was ist heilung da rein und faden band 2 und band 5 habe ich gefunden und was soll ich euch sagen ich habe sie noch nicht ich habe man dort wo habe ich stehen wir können ja gleich mal die schmiederei ich habe mir auch was andrena ich habe dir was mitgebracht so sieht jens seins auch noch aussieht wir müssen wir es auch die jungs haben das auch leute die jungs hier auch kommt mal sie hat diesen stuhl den sie mir als ich mit dem kopf in der schlinge hängt ja den stuhl den sie mir unter den füßen weggezogen hat sie hat die mit hierher gebracht ja natürlich ich hänge da noch in der schlaufe ja also das nächste mal kümmer viermal herr heidelbeere anfangen wunderschön ich komme sofort das ist doch nett da hurra dankeschön so viel freundlichkeit habe ich gar nicht erwartet danke für die interessantes wieder auf dem klo oder nein ich war ja alleine lang genug hatte ich zeit dieses käppi und diese brille ne also nördig ne also der die dass die die kappe das ist nicht das nein also wie soll ich sagen ich habe mir gedacht dass ein bauarbeiter helme ich färbe die ich habe nur keine schwarze farbe gefunden ja vielleicht schwarz cool aus vielleicht gefärbt sich die halb aber deine haare die sind auch so ein web aber bitte stehen deine haare sind auch so ein bisschen naja wie soll ich das sagen wenn du da mal an den hinterkopf guckst so sind meine haare jetzt wird da ein schuh draus ja das ist deutlich das ist hübscher guck mal so ist doch diese brille ist ein problem aber da kann man ja nichts aber ich brauche eine brille haben wir noch eine andere ich brauche die innen nur wenn wir werkeln weiß gar nicht ob wir noch so ein haben hier so eine so diese butzenscheiben hier liegen ich bedanke mich bei euch beiden jetzt schon mal fürs mitmachen sehr viel freude gemacht und war auch tatsächlich katastrophenfrei wenn ich sagen sollte was mir an diesem stream am besten gefallen hat dann war es das schreien der das war das war nice also finde ich auch so ein teil müssen unbedingt am besten wäre so so also ist ja ein zombie ein halsband ja genau also dass wenn ihr mich fragt war das heute das schönste ja das hat das hat richtig spaß gemacht das muss man sagen ja das war schon genau bei dir gerett ja nee das fand ich auch ja wir haben heute haben wir alles mögliche gemacht querbeet fand ich ganz gut ja ja nächstes mal müssen aber leider an die vorbereitung gehen ja so ist das ja müssen wir auf jeden fall